Fallen! Eine nutzlose Ruine! Wow! Wow 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 wow! Ziel bestätigt! Ziel bestätigt! Zu Beseite! Ein Panzer kommt! Wow 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 wow! Komm lass dich hier in die Falle loggen! Alter richtig sick! Richtig sick! Richtig sick! Ein leichtes Ziel für mich! Macht und Eder! Burn sie weg! Burn sie einfach weg! Burn sie weg! Weil ihr... äh... Alter! So... Martellus im Notfall reparieren! Ah da! Wie sie burn! Wie sie burn! Wie grad gemoscht wird! Wie er grad gemoscht wird! Nein! Nicht der Martellus! Der Martellus muss leben weil er im Notfall reparieren muss! Obwohl... ne der Martellus war das gar nicht! Das war nur meine... Too Hate! Wie für euch die Macht sehr lecker! Wir kommen in Razorback! Ernsthaft alter! Sagt der jetzt kompeter mal an! Der ist Hyrule! Sollen wir den Cyrus vorlaufen lassen? Also ich kann da net vor. Oh... was ist er denn für einer? Ey er hat einen Raketenwerper ernsthaft! Und dann war der Razorback! Döööö gut taktisch nicht gedacht von dem Marine muss man sagen Alter 1 Schuss wirklich? Ich wollte mich verarschern für 1 Schuss und ich wollte mich auf Heckpanserung Sie sollen in Deutschland nicht mehr auf dem Feld Ernsthaft Lass mal auf dem Racer wegwarten, oder? Ach, das Gebäude mach ich kaputt und den Ziel Kogi Tator auch was das ist Kogi Tator Kogi Tator Alter, hier werden doch Terminatoren runter gedroppt, ne? Ja, und Cybrots Aber halt, Alter, die mit dem Raketenwerfer sind echt mal böse gerade Ernsthaft, Alter, da müssen wir, ey, wir können uns hier theoretisch Raketenwerfer holen also überleg dir, was du dir holst, ein scheiß Kettenschwert, oder? das war die da ist, aber nur spätestens hier oder? Ja, würde ich die sowieso in Nachmittag machen die wollen durch uns fallen oder du holst dir einfach Raketenwerfer für taktische Marines können wir theoretisch nur mit taktischen Marines arzieren naja, ein paar Unterdrücker brauchen wir vielleicht auch noch, aber ich glaub der Raketenwerfer ist irgendwie gewaschend ne, da ist ein Volta nachher wahrscheinlich, oder irgendwas noch oh fuck, da kommt was runter, da kommt was runter lass mal gleich hier abstehen und warten da kommt was großes runter, das ist für dich oh 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 fuck oh fuck du bist geheilt schießt doch, schießt doch, schießt doch schießt doch schießt doch verbringende Infanterie ja, die wollen aber nicht jetzt, jetzt gehen sie und erfrischt zurück in die alle Wachen feier wie viel, wie viel, wie viel 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 ich glaub das auch nicht ich lege jetzt los ich schicke mal meine Devastoren dahinten in den Bunker nee, da ist dann doch ein Geschütz ich schicke die hier vorne rein ach, das ist doch ein Geschütz weil die rennen ja dann sowieso alle zu dem Gebäude also schicke ich die da vorne rein dann hab ich hier nur meine drei zunde Trupps kompetiert in Deckung sehr schön ey warte mal will ich das Ziel zerstören ach, doch, ich bin doch hohl bin ich doch ich bin doch übelst hohl, alter ich bin, eigentlich bin ich ganz schön hohl wo hast du denn da mit deinen Truppen? komm hier oben hin warte mal, warte mal, warte mal kannst du mal hier diese, diese Deckung hier kaputt machen? welche? na, diese Holzkisten oder was das sind mit dem Razorback mach die mal bitte kaputt meinst du die hier? genau die bin ich bescheuert, alter bin ich bescheuert, alter was jetzt? ich kann auch grad gar nicht viel ich hab extra Gebäude für dich freigelassen weißt? ich glaub aber da passen nur drei Reihen und meine taktischen Marines haben nicht so die Reichweite ja guck mal, aber die können sich da reinstellen wo meine, äh die Vastoren stehen da können so noch hin unter diesen Kisten ja so jetzt ist der Bunker voll keine Gnade keine Bun dann stell dir den taktischen Marines noch da hin und Scyrus ob oben ja und ich hab hier Deckung hinter der Landungskraftel genommen mit meinen beiden da kann sich auch hinter stellen entfesselt euren ganzen Zaun aufsehen da kommt die Neues zu runter scheiße, das ist gleich die Deckungskraftel also ja ah Terminatoren, ne ach warum nicht Hauptsache die hauen nicht auf den Razorback Alter, guck dir das an wie wir gemobbt werden von Terminatoren von einem Trupp Terminatoren obwohl geht eigentlich noch geht noch, ja weil hier alles gerade heil ist Hauptsache er geht immer in den Nahkampf Alter wir brauchen jede Mission so'n scheiß Razorback ernsthaft ernsthaft ich kriege der Fiech der Razorback ist wirklich gerade dicht wenn wir so tot bin unterwegs das gibt da gar nicht wir kommen noch n Cyborg sicher? da soll keiner mehr kommen ich will keinen Cyborg mehr brauchen da kommt er nein nein alle Waffen feier eröffnen aber gleich er ist mit uns da 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 Befehle bereit zu dir spürt die Macht die ganz mal gar nicht schaden verbündete Infanterie vernichtet was ist jetzt los ich kriege selber nicht da ich schmeiß mal ne Melderbombe was auch ich schon in die Luft gegangen Ja, muss ich nicht, aber die kriegen, die machen irgendwie gar keinen Schaden auf den Cybert. Looooolt. Du musst mit deinem Devastorn rausschießen, Brocho. Alter. Ne? Alter, muss ich ja... Alter, wie hart der Cybert ist. Brocho, du musst mit deinem Devastorn auch aufschießen, ne? Ja, mach ich nicht. Nein, die schießen auf Gebäude. Verbündete Schlagkräfte werden angeschickt. Dann muss ich sie aber aus dem Gebäude rausholen. Der Schlag. Space Marines, beeilt euch, um die Brüder zu verstärken. Mann, was macht die denn? Da sollt ihr raufballern. Idioten. Die schießen hier auf den Cybert gerade. Oh, was die tun, was die tun. Ne, oder? Das ist nicht. Fuck. Ernsthaft. Ja. Ernsthaft. Befehle und erfascht. Da fehlen gerade meine Devastorn. Komm, schmeiß noch ne Melderbombe rauf, weil du's kannst. Wow. Nice. Eigentlich nicht. Ich hab da komplett die Devastorn runtergebratscht. Halt. Sie sind übelst heftig. Sie sind so schnell. Übelst gratsch. Übelst böse. Der Ascendant wird triumphieren. Aber macht Spaß irgendwie. Das ist aber richtig mies. Also alleine würdet ihr das den Schwierigkeitsgrad nicht schaffen. Alleine, nee. Jetzt um die 10 Truppen. Geht. Da randl weg. Und nur einer ist aufgestiegt. Das ist mein Scheiß. Und wir haben auch irgendwie keine Ausrüstung gekriegt, oder? Das ist schlecht. Ja, absolut keine Ausrüstung gekriegt. Weißt du was Scheiße wär? Was? Der Alte, der Einzige, der schwere Waffen nehmen kann. Rojo? Was? Ich muss das Kettenschwert holen, denn hat der Alte was. Ist das für der Alte? Ja, Diomedes und der Alte können das nehmen. Das ist gut, dann nimm das. Dann hab ich zwei Nahkämpfer. Ketten, unsere Trupps und Kampfoptionen sind angewachsen. Ich fand, Schuhe ist zwar zurück zu bleiben, aber sei noch ohne Schuhe, der mich abrücken. Kann denn irgendeiner von meinen Raketenwerfer nehmen? Weil sonst wär's scheiße. Das wär echt doof. Also guck hier der, bei, äh, Nahkampf, weil ich eigentlich den Alten nicht machen wollte. Nee, kann nur der Alte und Diomedes nehmen. Der Alte kann schwere Waffen, wie den schweren Beutel- oder Plasmakanonen oder Laserkanonen benutzen. Aber da geh ich ja nicht auf Nahkampf.